Moin moin, da sind wir wieder. Und weiter geht's durch die Höhlen von Ascalon. Wir wollen den, ja, Wumble Bumble oder wie immer, er hieß, mal niederknüppeln. Wumble Gumb. Hubba Bubba. Hubba Bubba. Oh, heiß. Au. So führt er uns schon wieder lang. Elite. Spinner. In der Größe. Einfach durchlaufen, okay? Einfach durch, jo. Ach, die sind das, jo. Ich entsinne mich an diesen Ort. So, wir sind fertig. Da war ich anfangen mit einer anderen Gruppe drin, ne? Die wussten schon, wo die aufgetauchen und welche Reihenfolge. Hier reinfolge. Ich bin tot. Das war geil. Ne, nicht hinrennen. Erst ihn sterben lassen, dann hauen die ab. Oh ja. Jeder kriegt vor der Autopfahl, ne? Ihr seid Kumpels, er sterben lassen. Und Zark lassen wir jetzt auch noch sterben. Ja. Asuras unter sich. Mach mal weiter so. Boris können. Wenn der Flammkreis kommen soll, dann würde ich auch sagen. Netzstrumpfhose unter sich. Ja. Ja, wir haben ja schon recht viele Rassen vertreten, ne? Vier von fünf. Ja. Es fehlt uns halt eine fünfte Person. Ja. Multi-Kulti. Ja. Da sind wir fast so schlimm wie dieser Oldschool-Truppe. Die merken, die merken. Ihr seid alle willkommen. Kommt nur her. Das tut gut. Seltsam, ich streichel den Boden neben dir. Ja. Und ich streichel irgendwie Spore an komischen Körperstellen. Aber gut. Ja. Sört jeder seine Vorlieben. Natürlich nur hinter den Ohren. Du beschissene Katze. Was will er in seine Kollektoren speichern? So, hier kommt die erste. Da, wo ich stehe, kommt gleich das erste Ding. Und hier. Was machst du denn da jetzt? Bomben. Ich fang schon mal an. Sieht aus, als würde sie gerade irgendeine Butter schütteln da. Was müssen wir jetzt hier machen? Sieht aus, als würde sie die Dinger kaputt machen. Möglichst schnell. Schnelles mit Hauen. So, und da drüben gleich der nächste. Mh, Colty auch ruhig. Ne, die brauchen wir nicht. Wir machen direkt die Baue. Ja, ja, ich meine die Baue. Die Baue kann man ja auch. Achso, stimmt, ja. Damit ich, je nachdem was alles davor steht, kriege ich das nicht angewählt. Denn das nächste Baue, ich gehe da schon mal hin. Ich gehe hier hin zu dem kleinen Vieh. Macht ihr die nächsten Bauten. Ich bin sofort bei euch. Ja. Der nächste Baue ist hier hinten. Da. Ich habe das Ziel im Blick. Oh, meh. Geht da hinten wieder hin? Achtung. Aber der Durchschuss ist hier mal wieder super. So, jetzt müssen wir aber... Oh, die dürfen nicht kaputt gehen, die Dinger. Der erste ist hier schon kaputt. Ja. Wir müssen schneller sein. Noch wieder ein anderer Bau. Da, in der Mitte ist wieder einer. Ja. Er kommt nicht hin. So, nee, hier ist noch mal einer. Nee. Erst wenn wir bei 90% sind. Irgendwie werden diese Kollektoren aber wieder... kriegen wieder Energie dazu, finde ich natürlich super. Wenn sie nicht ganz kaputt sind, ja. So, wo ist der? Wo kommt der nächste? Wo, wo, wo? Ich habe hier was gehört. Wir sind erst bei 60%. Oben. Hier oben neben dem Ding. Ja, ja. Ja. Nächster. Dürfte hier kommen noch mal. Ja. Jo. In der Geschwindigkeit können die gerne weggehen. Ja, so muss das auch, ne? Hat jemand sein Dynamit rausgeholt, ne? Hat jemand sein Dynamit rausgeholt? Genau. Ingenieur halt. Hier hinten. So. So. Na wo kommst du? Hört sich so weit oben an, aber hier sehe ich noch nichts. Hier. Ja, unten. Ja. ach das sind diese minen die hier so nach nintendo klingen ja genau ich dachte schon ich habe hallo ist da hinten bei mir so jetzt sollte ruhe sein oder 89 90 so excelsior das wissen stößt an die grenzen der erfahrung die antwort ist da draußen warum nicht da drin wissen ist der größte scheiß wenn die antwort da draußen ist was machen wir hier dann wir warten auf 100 prozent nö nach der nächsten tanke ein wahrer reich du mann ektor und todes destillat nur schrott super sind begeister also das geht auch schneller die spinne hat uns schneller ein geister verwandelt einfach durch rennen ok so warten wir mal alle da hier da wo du jetzt wo sagen wir kommen jetzt levers ich muss nur kurz sehen kriegsmeister akzeptieren kommt hier rein und weiter direkt zum nächsten ok ok Euro aber auch auf dem Motto sind der Lied die Liede Ja. Aber so wie das Ding weg ist, einfach weiterlaufen. Jo. Warum bin ich jetzt kein Geist mehr? Sehr seltsam, ja. Finde ich auch. Wo ist denn das nächste? Doch, jetzt bist du wieder. Ja. Grafik-Bug. Erik, kommst du mit? Ich kann. Dann dauert einer an deinem Bein. Du bist doch der Wadenbeißer. Okay. Weil es sind ja auch nur ein paar. Einfach nur auf den Bau fokussen. Jo. Und weiter. Ich bin platt. Gibt's gleich hier. Mal sehen, ob ich dich hochkriege. Ja. Okay, jetzt bin ich aber gleich down. Ja. Scheiße. Boah. So, jetzt aber schnell weg hier. Nächsten? Nächsten, letzten Bau, dann sind die alle weg. Ja. Okay. Und dann holt mich hier ab. Da musst du mal weg. Ah, Mist. Lass mich in Ruhe, du Drecksvieh. Komm, ihr kriegt das. So. Aufgerappelt. Sehr schön. Yes. Gut. Gut. Jetzt müssen wir den Anführer dieser Geschichte finden. Er wird die Schlagkraft eines askalorischen Kriegshaars kennenlernen. Die Tunnel sind im Moment alle versperrt, aber ich habe eine Schwachstelle in der Bausubstanz entdeckt. Hallo. ich glaube oder dass dieser mechanische gockel so und jetzt können wir zu dieser wegmarke springen okay angeber moment oder macht sind braucht nicht reparieren wohl schon offen okay nicht hier aber man kann halt zum start kurz zurück du kannst zum start springen macht nur keiner wenn frisch das dann rauskommt schlecht besucht ist der halloween so hier rennen wir jetzt einfach mit speed durch wer speed sich geben kann tut das moment glaube ich nicht richtig zum endboss ja aber den rennen wir nicht direkt an sondern wir dann erstmal in der ecke ja ich weiß ich will dich mal wieder aus hier und lauf dir hinterher vollgas durch klappt doch da haben wir schon rumbluss so und hier hier bauen wir uns jetzt ein kleines hier warten wir auf kriegsmeister gerast der müsste hier eigentlich irgendwo auftauchen jetzt ist schon da alles klar mein rohn eingepackt so wenn es hier runterspringen und erregt gekommen moment moment jetzt mit dem bogen machen oder was er bogen genau warte mal jetzt ja immer mit ja ich zeig dir gleich wo hier in die ecke laufen wo ich stehe hier hinten rum hier alle in die ecke gruppen kuscheln und schön hier stehen bleiben mit dem bogen aber jetzt machst du das mit dem bogen schießt hier genau auf uns praktisch und dann hauen bannereien und was geht halt also so jetzt das ist aber kein feuer fels oder nun mal sobald ach so ok so jetzt anschließen ja wo ist er wo ist er da und dann geil stellen nicht wegschießen bitte na ja war gewohnheit ja der kommt gleich hat man sie mir noch ein bisschen was ab Das ist auch nett. Er kommt noch nicht wirklich, ne? Ne. Der Tank tankt, oder wie der heißt, der Blockteam. Ein kleiner Blocker. Dann hau ich ihn mal massiv. Kleiner Tinker. Mal Frauen hier tun. Feine Stelle. Jetzt wird's tektisch. Da bin ich, bin dukt. Oh, jetzt ist er da, jetzt ist er da. Jetzt, Opie. Ich bin down. Da kam gerade ein Stein runter. Krass. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Nö. Es war aber auch richtig mieser Steinschlag da. Ja. Das ist natürlich Pech, wenn er genau in die Ecke reindrischt mit seinem Steinschlag. Aber wenn man rumläuft, macht er noch mehr von diesem Steinschlag. Moment, ich geh noch mal kurz zum Anfang und reparier mich da. Ja. Ganz am Anfang, oder wo ist das? Fast ganz am Anfang. Aber ich muss da nicht auch hin. 2. 2. Wegmarke. Ich call dir gleich auch nochmal. Moment. Ja, hab ich. In den Grundstädten. Wir rennen schonmal, ne? Ja. Auch da unten ist das. Und dann auch. Und dann auch hier wieder zurück. So. Wo muss ich denn lang? Ja. Die Treppe hoch? War es die Treppe hoch? Ne. Doch. Ne. Was für ne Treppe? Äh, von der Wegmarke aus. Ach, das war hier unten. Ja. Da ist so ein Loch im Boden. Ja. Mit Durchgang. Ja. Da ist richtig. Oh, ganz viele Kruftlinge. Oh, was bedeuten die neuen Punkte auf den, auf der Map? Weil jetzt ist... Was für neue Punkte? Wenn du auf der Map guckst, ist... Aktophil hier gelb. Und... Und Erik ist blau. Tja, das weiß ich nicht. Ich dachte, du weißt alles. Ne. Falsch. Da rein. Genau. Ähm. Die Treppe sagt unser Timer. Wer ist blau? 20 Minuten. Erik ist blau. Dann cutten wir hier kurz. Und sehen uns im Boss Battle wieder. Bis denn, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, es wird spannend. Ah, dieses Drecksvieh hier. Boah, der kickt mich schon wieder weg, die Sau. Kommt, 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 kommt. Ja! Baby! Du gehst! Aaaaaah! Kann ich hier bitte einen Moment... ... am Leben bleiben. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Oh, gerade noch. Ja, liebe Leute, das war eine ganz... Okay, ich überspringe das, weil ich möchte die Kiste haben. Ja, genau. Das machen wir auch. Warte, wer liegt denn da? Komm, den beleben wir. Der ist raus. Wo ist denn die Kiste? Ja. Okay, dann habe ich es ja wahrscheinlich schon. So, juhu, und 1,55. Ja, wir haben es geschafft. Aber war noch leicht. War noch leicht, ja. Hier machen wir noch eben einen kleinen Cut. Wir sehen uns danach wieder. Bis denn, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.